hallo leute willkommen zum 24 dezember geschenke 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 die gestrige aufgabe habe ich nicht geschafft und verliere deswegen einen punkt da sind schon die geschenke weg heute kommt die entscheidende aufgabe in farcry 4 also die heutige aufgabe lautet stelle von jeder verbesserung 1 her falls es nicht schon voll geupgradet ist man das wird richtig schwer obwohl ich schon einiges voll geupgradet habe und die bestrafung lautet verkaufe alle fälle nur mit das kopien weiterspielen tüte jeden zivilisten den du siehst und nicht heilen alle bestrafungen ausführen den ich entkommen bin ihr habt bestimmt gemerkt dass gar kein kommentar eingeblendet wurde es liegt daran dass mich schon deshalb eine kleine audienz hat und einfach niemand eine aufgabe oder eine bestrafung von farcry 4 in die kommentare geschrieben hat ich freue mich jederzeit auf deinen kommentar auf jeden fall falls du das info video noch nicht gesehen hast dann schau doch mal eine video beschreibung nach wir sehen uns um 18 Uhr bei farcry 4 let's game